So, grüß euch Leute! Seid gegrüßt Leute! Wo hab ich denn jetzt schon wieder irgendwas getan? Frisch aus China ist es gekommen. Klingt gut. Ist es auch. Ich habe das Band allerdings drei Wochen getragen. Es war tagtäglich. Das Band, wie gesagt, ist zwei Wochen alt. So sieht es draus. Und das, meiner Freunde, ist alles in den Armband drin gewesen. Ganz einfache Haut, bisschen abgenutzt und bisschen Salz. Ich habe das schöne Paket aus China auch gemacht. Ich habe nur zwei Farben geholt. Einmal schwarz und einmal orange, leuchtend, rot, orange. Ich habe keine Ahnung, wie die Farbe heißt. Und ich muss sagen, ich hasse die originalen Polar Bänder. Von der Vantage M ist nochmal deutlich besser, wie das von der Vantage V. Weil das leicht flexibler ist. Und die Sport-Loop-Armbänder sind halt stufenlos verstäubt. Und dafür einfach ran zu machen. Dann hätten wir das Band. Sieht. Und dann kann man schön alles ran machen. Ich habe nur die Farbe schwarz geholt, weil ich nicht weiß, wie lange das 7 Euro Band die Farbe beibehalten wird. Ich glaube, nicht Ewigkeiten. Aber schon ein Stück. Und mal schauen, was da rauskommt. Einigster Nachteil an den ganzen Polar Ohren ist, die, egal wie locker oder straffener die Ohren macht, ne, straff jetzt nur straffener oder einfacher, dann sieht man immer ständig mega die Abdrücke von den Polzmessern. Ist ja egal. Aber es gibt auch einige Leute, die, weil es ja innendrin gepunktet ist, dass das so kleine Hunde auf der Haut hinterlässt. Äh. Entschuldigung. Und das dann einfach ganz schwierig ist. Und dass es dann Ewigkeiten braucht, bis es weg geht. Ich gebe jetzt eine Fraktion, die, der es egal ist, ob dort immer ein paar Abdrücke auf der Haut drauf sind oder nicht. Weil ich trage meine Ruhe für einen 37. Also wird es auch bleiben. Sieht so eklig aus. Ja, dann fahren wir gleich ins Update nochmal zur Vantage M. Und was ganz dringend zu sagen ist, die Vantage M kann nur Sportloop Armbänder tragen. Und die Ignite kann es nicht. Und die Benzig V kann es auch nicht. Aber die neueste hier, die Quid, die kann Ortloop Armbänder tragen. Nur die hole ich mir nicht. Weil ich kein Wetter auf meinem Ohr brauche. Und den ganzen Schnurri habe ich schon geschaut. Wäre sinnvoll. Aber... Nö. So Jungs, bis später. Und... Man sieht sich demnächst. I'm going down down... I'm going down down... I'm going down down...